F-Dur. Für F-Dur brauchen wir den ersten Finger, den wir auf alle Seiten legen und dann den zweiten Finger auf der obersten Seite vom zweiten Bund. F-Dur. Nochmals, erster Finger, Barregriff, das heißt alle Seiten niederdrücken mit einem Finger. Zweiter Finger kommt auf die oberste Seite vom zweiten Bund, von der obersten Seite. F-Dur.